Haaallo Nei Mami Wir machen heute gemeinsam die Backwards Challenge Dafür habe ich mir wieder meine kleine Großcousine Sarah geschnappt Bevor wir mit dem Video anfangen muss ich euch nochmal ganz kurz nerven Aber es ist sehr sehr wichtig Denn das Voting für die Olympics läuft nur noch bis Sonntag Und ich muss euch nochmal daran erinnern Es tut mir leid Jedenfalls das Video bitte anschauen Und wenn es geht öfter Seid am PC, schaut euch das Video einfach an Im Hintergrund könnt ihr auf lauflos stellen Schaut es euch so oft an wie es nur geht Liked das Video und teilen Und der ganze Pipapo den ich auch sonst schon immer gesagt habe Aber wenn wir uns gemeinsam das Video ganz 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 oft angucken Dann können wir wohlmöglich gewinnen Und dem Daniel die Haare färben Und gemeinsam nach L.A. reisen Also ich würde euch da natürlich mitnehmen Aber dafür Leute bitte gebt, gebt Gas Bitte bis Sonntag das noch durchziehen Wir schaffen das Hast du auch schon für mich gewartet? Ja? Oh das ist cool Ja, danke Also der Link befindet sich unten in der Infobox Gleich der erste Link auch nochmal hier im Bilde verlinkt Ach ihr findet das schon Mhm Wir haben euch auf Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook die Aufgabe gestellt Uns Aufgaben für die Backwatch-Challenge zu geben Ganz nebenbei, wenn ihr mich doch noch nicht abonniert haben solltet Die ganzen Links dazu findet ihr auch unten in der Infobox Eine Zuschauerin hat gesagt Sarah, du sollst rausgehen und dabei die Jacke anziehen Jetzt bin ich mal gespannt wie du das gemacht hast Okay, bereit? Mhm Wie unbeholfen Hast du das gesehen? Alter Aber ey, so schlecht ist das gar nicht So schlecht war das jetzt echt nicht Aber wie auf einmal so der Ärmel so Geflogen kam, voll geil Und du Sandy, du sollst dir das Bett fertig machen Mein Uwe macht das Bett fertig Ja, genau Ach du Scheiße, wie soll das gehen? Das funktioniert schon Musst du das Bett machen? Ja Oh Gott Okay Drei Zwei Eins Die Haare Okay, jetzt fängt es an Boah, ich kann zaubern, Alter, wie die Decke so geflogen kommt Oha Wie geil, Alter, die Decke kam einfach so Boah, ich kann zaubern, weißt du? So, nächste Aufgabe Trinke aus einem Glas Wasser Oh Gott Du musst ja reinspucken, ne? Das ist eh klar Okay, jetzt trinken, Sarah Mhm 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 Hey Oho Schiebe es dir auf Hä? Voll kompliziert So, jetzt fängt an Jetzt fängt an Hä? Hm Hä? Verstehe ich nicht Okay, das war absoluter Fail von dir Das kannst du mal gar nicht Hä? Deine nächste Aufgabe ist Du musst eine Treppe runterfallen Runterfallen? Ja Ich musste die Treppe runterfallen beziehungsweise Boah, guckt selbst Boah, wie ein Gruselfilm Ja Oha Boah, warum sing ich so hässlich? Oha 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 Wie geil ey, bei Bonny sieht das einfach voll normal aus So, und da du das ja so gerne machst und auch im Verein spielst, will ich, dass du Fußball spielst Das wird bestimmt geil aussehen So, Sarah, Fußball spielen Ja Ja Du hast Ball, guck einfach so angeflogen, übelste Du bist nackern Ja, du bist nackern Alter, wenn du so Fußball spielst, ne Wow, der Schuss zum Schluss war gar nicht so schlecht So, als nächstes sollst du deine Tasche packen, hat ein User gesagt Tasche packen Tasche packen Also auspacken Oder? Tasche packen Und Cookies so traurig Ich überleg vor lange Ach du schaffst das Kaffee Richtig, ne Ja Darf ich erst mal überlegen, ob das richtig ist, was ich da tue Okay Okay. Yo! Super Kräfte! Geil! Lustig! Und zu guter Letzt würde ich vorschlagen, können wir noch irgendwie was gemeinsam machen, so eine Kissenschlacht oder sowas, das wird auch vorgeschlagen. Ja. Kissenschlacht? Ja. Oh mein Gott. Kissenschlacht, beide zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir zieht's mal auf dich zu. Oh mein Gott. Verdammt. Boah Alter, mein Lachen ist voll... Super Reaktion, einfach mal gar keine, so hauen drauf. Alter, mein Lachen rückwärts ist wie für einen Horrorfilm oder so. Das ist ja voll krass. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos von uns sehen wolltet oder ihr gegebenenfalls auch in diesem Video lachen musstet, dann gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, bei den Olympus abzustimmen. Ihr habt nur noch jetzt bis zum 19.07. Zeit. Also unterstützt mich. Wenn ihr dort oben klickt, gelangt ihr zu unserer letzten Challenge. Die findet ihr auch noch mal unten in der Infobox. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Sag doch was. Tschüss. Tschüss.